Hallihallo! Ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Soundmind. Wir spielen dort weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und ich schaue mich gerade hier etwas um. Ich weiß auch gar nicht, wie es hier weitergeht. Wahrscheinlich muss man hier wieder mit den Mikrochips irgendwie die Tore aufbekommen. Weil da ging es ja in den zweiten Stock. Leeres Pillenglas. Auf dem Etikett steht experimentell. Experimentell, ja. Genau, das brauchten wir doch. Das passt ja schon mal. Okay. Hey! Das ist aber ganz schön kassiert. Ja. Irgendwas war doch auch im zweiten Stock. Da gab es ja auch was. Okay, ich gucke mir die Kabel an. Okay, da unten. Da unten, da unten, da unten. Hm? Huh? Aha, aha. Oh, come on. Lol, was soll das denn? Ach, ich kann hier durch. Stell ihn nicht so an. Ich schieße da hinten hin und das macht nur so flop. So, jetzt aber. Noch mehr von dem Zeug. I don't want to move forward. I don't want to move forward. Okay, hier liegen Scherben. Das heißt, ich kann den Spiegel hier wieder benutzen. Da hinten leuchtet etwas. Hier läuft das Kabel lang. Okay. Oh, hey, 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 hey. Das war's. Warte mal, ich nehme mein Schiff wieder mit. Ist ja jetzt offen. Ach so, jetzt komme ich ja hier hoch. Hier ging es ja zum zweiten Stock. Aber es ging allerdings draußen auch noch weiter. In welche Richtung denn? Zum Hangar. Jetzt weiß ich nicht, ob ich erst hochgehen soll oder erst zum Hangar. Ich gehe jetzt erstmal hoch, glaube ich, weil ich das jetzt hier so schön gemeistert habe. Hier ist ein Checkpoint. Ich spiele aber noch bis zum nächsten Checkpoint weiter. Da eine oder andere weiß ja bestimmt schon, ich möchte die Videos nicht zu lang werden lassen. Von daher ist das schon okay. Oh, was denn noch alles? Oh, come on. Nein, eine riesen To-Do-Liste. Ihr seid doch wohl total wahnsinnig geworden. Ich glaube nicht. Hier läuft wieder was nicht so, wie es soll. Oh, was denn sonst noch Fix? Ich bin jetzt schon schon. Oh, das ist doch schön. Ich bin jetzt klar. Oh, nichts. Oh, nichts. dann gib mir mein schlip erstmal wieder so läuft das ja nicht im archiv sind wir jetzt und hier wird gespeichert damit es spannend bleibt mache ich hier einen cut und dann sehen wir uns im nächsten video hier im archiv wieder vielen lieben dank fürs zusehen ich küsse eure augen und ich kämme eure haare wie immer gerne kostenlos abonnieren falls ihr es noch nicht getan habt mega fettigen daumen nach oben da lassen und auch gerne kommentieren bis zum nächsten video euer johnny fettfinger